Oooooooookay Wir sehen ja jetzt halber schonmal... Buffen Der Trommler muss sterben und der bufft halt so hart durch... Die Sau Hey, Trommel magst du jetzt... Halt mal die Schnauze Oh ne, jetzt komm ich da nicht ran Fuck Uff, ein Segen Dankeschön, Audrey Uh, perfekt A little help Impeccably timed Luis Die heilige Kraft Okay Widerstand Oh Nice Beim nächsten hoffe ich, dass er tot ist Nice Woah Fuck my life Take aim Take aim Dann können wir mit dir den Gleichnamen wegkommen Okay Okay Oh, das hat geklappt Das war... äh... falsch Aber ist okay GG's Game on miss Los Zu Kant Beginn 75% Äh... Verteidigung Der fuck, Alter Was kriegen wir denn hier für Dinger jetzt? Was ist denn das... was ist denn dieser Stern? Weil der... Scheiße, ich würde das gerne mal nachgucken, weil es dieser Stern ist Oder diese Sonne Togenblosser Togenblosser Next skill Has 100% Grit Gain on miss Was heißt denn Gain on miss? Wenn jemand dodged, oder was? Gain on miss Also, kriegst du, wenn jemand... Boah, aber so viel dodge haben wir gar nicht auf das Pass, oder? Haben wir... äh... Haben wir... äh... Ist gar nicht soo... gut Hm Hm So, können wir Audrey... Äh... Audrey mal... Nee, eigentlich... Nur Wege lagere... Bist du Wege lagere? Ja... Wollen wir das mal probieren bei ihm? 4 Speed nehmen wir raus... Nee, Speed brauchen wir... Puh... Nee... Eigentlich nicht... Ist nicht so geil... Ist nicht... Eigentlich nicht so geil... Dass das mental nicht zugeht... Ist für mich einfach... Wahnsinn... Okay, wir gehen jetzt mal... Kammer des Akademikers... Ich hab keine Ahnung, was uns da erwartet, Chat... Warum... Also... Verstehe ich hier nicht... Wieso kann ich so viel mitnehmen? Und warum kann ich noch fahren? Okay, hier we go... Let's go... Mama big boy... I'm a douche buffon... Empowered... Emboldened... Motor... Raus mit dem Kopf... Motor... Raus mit dem Kopf... Stress noch mal weniger machen... Motor... Raus mit dem Kopf... Aus dem Ding... Ohhhh... Wieder eins drauf gemacht... F***... 50% Shit... Man geblockt... Toll... Das hat mir gefallen... Das hat mir noch mehr gefallen... Das hat mir noch mehr gefallen... Uuuuuh... Der Förster, Junge... Der Förster... Da hat sich's gleich ausgeförstert... Der müsste eigentlich... Wie viel hast du jetzt? Acht... Rund 15 Leuten... Wir haben auch nur noch drei Runden... Da muss ich aber ganz schnell los... Warte mal... Vier von... Also eine Runde haben wir noch... Die sollten wir eigentlich in einer Runde... Die sollten wir eigentlich in einer Runde... Die sollten wir eigentlich in einer Runde... Okay... Oder in derselben... Ohhhh... Nur vier... Vier Gold haben wir gekriegt... Ähm... Uh... Diesmal ist es echt nicht gut ruf... Diesmal ist es nicht gut ruf... Kammer eines Akademikers... Ich hab keine Ahnung... Was das ist... Okay... Wir haben nur Optionen zum Leaven... Ich bin jetzt langsam leid... Mir... Äh... Dieses Dufttuch... An die Nase halten zu müssen... Für... Derartige Qualen... Ich kann Heilmittel... Uhhh... Verliebtheit... Noooo... Wir haben das erste Liebesbär hier... Äh... Geradeaus... Wachtturm... Meilen... Äh... Wachtturm... Ich hoffe mal, dass noch irgendwie... Die Möglichkeit kommt, dass... Äh... Äh... Dass man... Items verkaufen kann... Das fehlt mir ein bisschen... Dass man Items verkaufen kann... Everywhere... In all directions... Destruction has claimed Dominion... Okay... An elementary problem... Is it not? Nevermindy Tormand... Ich hab mich selber nicht... Ahem... Dummkopf... Oh shit... Fünf Runden nur dafür... Ok... Natürlich müssen wir gleich wieder bluten... Lacron... There is comfort in company... Sag mal... Könnt ihr nicht immer nur auf... Äh... Könnt ihr da bitte nicht immer nur darauf hauen... Sag mal... Okay... Let's hope to finish this... Quickly... He dead... The slow suffering begins... Äh... Äh... Nee... Es gab keine... Kein... Das ist glaube ich einfach nur so ein... Äh... So ein Encounter, der das Ganze noch ein bisschen... Äh... Noch spannender machen soll... Weil du kriegst nach... Wenn du noch fünf Runden nicht da... Äh... Alle tot hast... Kriegst du keinen Preis... Und keine Gewinne... Was bedeutet... Dass das Team nicht scheiße wäre... Wenn du das nicht in Verbund schaffst... Oh... Ich... The work continues... Oh... Schön Bier schon... Der ist richtig on fire... Der andere ist schon dead... Ich denke mal, das sollten wir eigentlich schaffen. Das sollten wir, glaube ich, schaffen. Wer ist dead jetzt? Nice. Ich gucke mal, drei Runden zu schaffen. Uh, Meisterschaftspunkt. Uh, okay. So, dann mal auf zur Truhe. Was haben wir denn hier drin? An impressive Hall. Oh, put it to good use. Feuerresistenz. Ich habe keine Ahnung, warum ich weiterreiten darf. Wir brauchen so langsam mal ein bisschen mehr Fackel. Oh, das ist hier. Das ist ein bisschen mehr zu machen. Ich glaube, das ist ein bisschen mehr zu machen. Ich bin echt nicht mehr zu machen. Tut mir leid, aber wir gehen leider. Wir gehen. Komm, gib mir eine Fackel, sonst wird's scheiße. Sonst wird's scheiße. 30 Fackel, 3 Stress. Oh ja, das ist gut. Das ist okay. Warum hab ich eigentlich so unfassbar viele Items schon? Irgendwas stimmt nicht. Also gestern hat ich weit, 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 was weniger. Oh, lol, jetzt hab ich das erst verstanden. Street Encounter sind immer fünf Runden. Ach so, jetzt kann ich mir das natürlich auch... Oh, 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 das war der Fall. Jetzt kann ich mir das natürlich auch erklären, weil das wird ja dann ein Hinterhalt sein und die wollen ja dann auch fliehen, schnellstmöglich. Uh, das wär geil gewesen. Jetzt hätten wir die Punkte von dem anderen Trinket gekriegt. Oh. Also es ist halt ein Hinterhalt und ich denke mal, durch den Hinterhalt, die wollen dann schnell fliehen und deswegen geht das nur fünf Runden. Peace. Nice. Löst als zusätzliche, äh, zusätzliche Fähigkeiten. Vielleicht, weil es nicht die extreme Version ist? Welche, äh, du meinst Experimental? Also ich wüsste nicht, was ich wie vor... Gibt's mir noch eine extreme Version? Ich bin mir grad unschlüssig. Können wir eigentlich doppelt reinbuffen? Nee. Dann gib mir mal mehr Damage. Oh, he dead. He dead. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Der Stress ist halt sehr hoch aktuell, ne? Und dann... Schön. Okay, machen wir es so. Dann machen wir es so. Jetzt hab ich zwei so ne... Jetzt hab ich zwei so ne... Trinkets. Oder? Ja. Jetzt hab ich schon zwei. Vergessene Vorpäuser. Was heißt denn dieses Herz? Äh... Verwundbar. Heißt das jetzt, dass sie verwundbar sind? Let's go. Verwundbar. Uuuuuhh. Die Busser. der war schön verliebtheit das ist okay das ist vollkommen okay das ist spitze das hängt jetzt noch zwei rum eine runde die ist tot okay die ist tot dann nehmen wir den raus neee schwelle des todes jetzt schon wieder schwelle des todes ok dann machen wir das so machen wir noch viel ist das rundenbasiert wie es haben das wo ich weiß leider nicht was haben das wo ist aber ja das hier ist rundenbasiert der verweilte schwelle des todes schwelle des todes ok runde 5 nice sehr sehr schön holy fuckaroni junge wir nehmen aber richtig mit nach hause 28 irgendwas ist hier nicht richtig oh nein nein ich wollte doch den kultisten ich habe das falsche genommen ich habe das falsche genommen chat fuck she searches the dying world for the keys to her own salvation ups sehr schön the slow suffering begins ich habe das das gehört mich viel viel queber ich je die ich Der ist richtig gut drauf, Junge. Der hat richtig Bock. Wunderbar, mein Schatz. Finde ich auch. Jetzt können wir ja mal die Resistenz-Buffen. Und bis Stress rausnehmen. Uh, nice. Ich hab so das Gefühl, dass dieser... Also ich möchte jetzt nicht über... Wie sagt man? Confident sein. Ich hab aber das Gefühl, dass bei diesem Run irgendwas kaputt ist. Irgendwas stimmt nicht. Irgendwas stimmt mit Hasi nicht. Ja, deswegen hab ich das auch Triaden extra so... Äh... Verhalten gesagt. Ich hab euch wieder die viel Hilfe so... A little help. Impeccably die... Einig. Ich hab euch hier drauf. Da war ein bisschen... Den Teck ich mich so zu Creaturen. Das war Befeindlich. Ich hab euch hier auch die Hege-Zeck. Ich hab euch hier eine Schwester. Ich hab euch hier raus. Ich hab euch hier... Oh nein, ich habe nicht geliebt. Ich hab nicht gelesen, was da stand. Ich hätte mich heilen sollen. Ach. Kacke. Oh. Kann ich immer noch. Nice. Awesome. Stress reduzieren ist, okay. Nice. Aber mich würde interessieren, ob man die anderen Abenteuer später vielleicht freischalten kann. Äh... Ich denke mal, die werden alle mit dazu kommen. Sag mal, wieso kriegen wir so viele gelbe... gelbe Trinkets, Alter? Das ist doch... Dieser Run ist irgendwie... Fuggy. Irgendwas stimmt mit Asi nicht. Have you? 43. The Wainwright awaits... Eager to ply his trade. Das ist eine andere Version als gestern, ja. Also ist nicht mehr die Experimental. Aber das mit dem Menü kann halt auch nicht stimmen, so. Weil wir haben 47 Gegenstände dabei. Weil die Kutsche fährt noch. Was... Eigentlich... Nicht funktionieren sollte. Vollwerk... Jetzt vergessen wir die. Okay. Okay. Ja, weil das schon Sandalen... Äh, Sand... Den ganzen Rieder... Dann aber trotz, das ist schon ziemlich auffällt. Also entweder spiele ich heute... Aufgeweckter oder so. Oder... Achso, du meinst das Upgrade von der Kutsche? Ja, kann sein. Aber es fühlt sich komisch an, 43 Items mitzuhaben, währenddessen man 21 mitnehmen kann. Und vor allen Dingen haben wir super viele Items. Im Gegensatz zur Sette. Das kommt ja auch noch mit dazu. Das ist schwer. An unavoidable end. Oder andersrum war ich Pagi. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Schön, wir durch Death Tower. Das wäre geil. Schön, noch ein Heel reinzimmern. Nein. Wir machen sicher. Spitzel. Er ist auch tot. Uh. Uh. Nice. Todesschwelle. Mein Liebling heute, Todesschwelle. Really? Schrächtdachs. Ah. Ich fühle mich gut heute. Ja. Das war's für heute. Gegen uns beide kommt nichts an. Choo-choo, schmucks, moin. Oh, das ist nicht gut. Das ist okay. Ich weiß noch, in dem letzten Run von Darkest Dungeon 1 haben wir so eine Kombo gehabt zwischen Pestdoktoren und irgendwas anderem noch. Und wir haben einen Boss, äh, haben wir so hart hochgesstackt, äh, den haben wir so hart hochgesstackt in, äh, von, vom Bluten her, dass der, die eine Runde irgendwie, glaube ich, 40 Damage oder so gekriegt hat. Nur von, von solchen Scheißen. Das war so krass. Das stimmt, Freyfreya. Und hi, wie geht's hier? Bei Darkest Dungeon 1 war ich vom Endpost, also vom aller, aller, allerletzten Boss des Games. Und mein Savegame ist kaputt gegangen. Ich konnte das Savegame dann nicht mehr spielen. Dunkler Impuls. Fühlt sich maximaler LP. Okay, Chat, I have a good feeling. Let's go. Die Viecher sind richtig bitter. Okay, jetzt müssen wir wirklich full Fokus, full Fokus hier. Wie für ein Leben hat der? Okay, das ist, das ist nämlich richtig bitter. Okay. Danke an euch alle, für euren Support und eure Runde zu tun. In diesem Sinne sei ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, aus, peace, schubi, du gehst. Da lag Sun Knopf in der Ecke, die Zehe. Danke schön für 65 Monate. 3 Damage, fuck my life. Das war einfach nicht gut. Oh, das ist schön. Uff, das ist so sexy. Uff. Gut sehen, Brudi. Jetzt geht's ab, Junge. Oh, ho, 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 ho. Oh, ho, 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 ho. Alter, 14. Kein Risiko. Kein Risiko, Chat. Kein Risiko. Das ist okay. So können wir ihm das wegnehmen. 10er Ehe. Der stöhnt nächste Runde. Dann lassen wir ihn hier durch. Stress war mir weniger. Nice. Der ist weg. Hello, I'm going to meet you. What's going on? Oh, you're dead. You're fucking dead. Experience, however painful, is the greatest teacher of all. wie viel prozent waren das jetzt mehr 40 prozent max lp unvergessliches accessoire dunkler impuls ausgerüstet wenn dunkler impuls ausgerüstet ist okay was ist dunkler impuls da fehlt uns also irgendwas noch irgendwas fehlt uns noch die 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 body die benauern oder ist das so es ist ein dunkler impuls und vergesslich ist ein dunkel im Puls muss ausgerüstet sein. Das wird also auch irgendein anderes, äh, das wird ein anderes Trinket sein, weil ausgerüstet, ausrüsten kann man ja nur Trinkets. So, dann werden wir jetzt mal... Das... Können wir das mal wegschmeißen? Okay, so. Sheld 15. So, Okay. Sie hat kein Bock gesagt, so. Toll. Wir haben immer noch 40 Items. Äh, ja. Acht Punkte haben wir. Tja, kaufen wir jetzt ein, oder kaufen wir nicht ein? Learn what can be taught, that you may stand und dann ein bisschen höher nach dem Ende. So, ich bin ein bisschen höher, ein bisschen höher, auf dem Ende. Tja, eigentlich... Ich müsste halt Trinkets wegschmeißen, oder? Verbände werden vermehrt gestapelt. Ich hab so viel Scheiß. Okay, wartet mal kurz. Was konnte man jetzt hier kaufen? Okay, wir machen das jetzt mal so. Brauchen wir Pfannkuchen, Shad? Nee, ne? Erkundungsstante für vergessene Schreine. Was sind denn vergessene Schreine? Das Handwerk. Nahrung wird vermehrt. Gestapelt. Dann machen wir so. Dann haben wir jetzt noch irgendein Trinket, was wir kaufen können, was geil ist. 20 Max LP. Resistenz gegen Feuer. Rundenbeginn. Max LP. Die Pestatronen hat doch schon eins und denke. Also das kann auch weg. Dann kann das auch weg. 10 Max LP. 20 Max. Nein. 08. Das ist sicherlich. Sie. Janentale Rob. Warum hab ich denn so viel Zeug hier drinne, sag mal? Das kann doch fast nicht wahr sein. Ich muss mal kurz das Spiel neu starten, Chat. Irgendwas ist hier komisch. Irgendwas scheint hier nicht richtig zu sein. Kann doch nicht sein, dass mein Inventar immer voll ist nonstop. Also wovon denn? So viel sammle ich doch gar nicht auf. Äh... Hallo? Chat, wisst ihr was? Ich mach einfach mal ganz kurz eine kleine Pause. Ich bin einfach mal ganz kurz AFK. Für, äh, für einen Moment und dann spielen wir gleich weiter. Okay? Also, bis gleich. Ah, Twitch-Round ist not a crime. Man seh ich gut aus, Freunde. Danke nochmal für deinen Stream am Samstag. War mega geil. Hast du mal jemanden und fragst, was hier drin ist? their head. Tschüss. Chat, it's official. Hose runter, Beine breit, jetzt beginnt die Weihnachtszeit. Hast du dich schon mal beobachtet gefühlt? Äh, nö. Warum? Nee, noch nicht. Ich habe gestern meinen Nachbarn beobachtet beim Fortnite spielen. Der hat, glaube ich, auf so einer, auf einem riesigen Fernseher, hat der Fortnite gespielt. Und der sah ganz schön gut aus. Also ich glaube, der war gar nicht so schlecht da drin. Der hat auch bei Konsole gespielt. Okay. Mega Karre auf der Titelseite. Gib davon nur vier Stück in Enzy. Und die vierte? Die wird meinem Klienten gehören. Natürlich erst nachdem du sie für mich klaust. Geil. Nicht mal zehn Minuten dritte, gleich klauen. Da bin ich doch dabei. Das war die Mühe hoch im Laufe dabei. Wenn ich das mache, Pepys Schulden vom Tisch. Klar, ich stehe zu meinem Wort. Weißt du doch. Da hast du einen Aschenbecher übrigens, so. Da vorne. Du klausst mir den Wraith hier. Und ich vergesse Pepys Schulden. Ich muss dir das jetzt noch mal ganz kurz sagen. Okay? Aber du hirnverbrannt, der scheißidiot. Da steht ein verfickter Aschenbecher auf dem Tisch. Du blöd Mann. Ich glaube, unser Gespräch ist damit beendet. Vorsicht Padre. Du weißt nie, wer eine Knarre auf dich richtet. Du auch nicht Missgeburt. Oh! Markus, fahr! Ei, ei, ei! Ei, 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 ei! Bye, have a great time! Ich werde mal kurz den neuen Grafikerantreiber installieren. Be the best yourself. Nee, be your best self. Ja, da sehe ich mich. Also doch, ich finde mich sehr gut abgebildet. Na los, kündige unseren Besucher. Wie kündigt man den Besuch an? Ah. Ja, also da ist noch ein bisschen Luft nach oben, Donjon. Aber wie gesagt, das kann ich nicht anmachen, weil ich nur... Ich bin total verdammt. Ey, ich erkläre gerade was. Ja, klar. Warum eigentlich nicht? Heißt du Frise, Juri? Denk an kürzliche Ereignisse. Und die Zukunft. Die umgekehrte Welt. Du bist am Anfang deiner Reise. Sie wird nicht wie du erwartest. Und länger als du dir ausmalt. Die Liebenden. Umgekehrt. Dich umgibt eine Kraft, die dich herausfordern wird. Und du wirst mit einer anderen, inneren Kraft kämpfen. Der Stern. Der Stern ebenfalls umgekehrt. Du wirst ungeahnte Sehnsüchte bezwingen und eine starke Verbindung trennen. Mit etwas, das ich nicht erkennen kann. Der umgekehrte Tod. Deine Feinde werden dich gegen dich selbst kehren. Die Reise wird Veränderung oder Vernichtung bringen. Klingt nicht sonderlich gut. Nein. Ganz und gar nicht. Aber vielleicht habe ich die Karten nur falsch gelesen. Kurze Pause. Der Hurensohn hat's auf mich abgesehen. Nein. Ich heiße nicht Hurensohn. Ich heiße... Dizzy. Okay. Okay. Ich habe keine Ahnung. Irgendwie ist hier noch eine Quest oder so. So. Da bin ich wieder. Reise fortsetzen. Okay. Jetzt muss ich alles nochmal neu anwenden. Okidoki. Natürlich kriegt er wieder drei Streis mehr. Logisch. Warum auch nicht. Okay, so. Jetzt wollten wir noch kaufen. Das hier. Das kann weg. Jetzt haben wir 37 Sluts. Wir müssen Sachen loswerden, Chat. Entferne Leichnam brauchen wir ja sowieso nicht. Trinkets. Jetzt müssen wir mal Trinkets gucken. Zu Kampfbeginn. Somebody here. Das brauchen wir nicht mehr. Das kann auch weg. Das kann da hin. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Der bleibt so. Schmeiß ich jetzt die Trinkets weg? Danke an euch alle. Für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss. Danke für den ersten Monat. Dicey. Äh, Dittmann. Dankeschön für den zweiten Monat. Willkommen zurück. Vielen Dank. Dankeschön für den zweiten Monat. So, jetzt haben wir ein Slot frei. Jetzt müssen wir noch schnell, äh, jetzt müssen wir noch mal nach Fähigkeit gucken. So, Gift auf jeden Fall höher. Bei dir diese beiden höher. Du kannst noch den höher machen. Und den. Äh, du machst noch die beiden höher. Und den. Den Dagger. Und den Doppeldinger. Entfernten Leidness. Uh. Okay. 24 von 25. Äh, aufbrechen. Verderbnis. Auf geht's. Auf geht's. Los geht's. Möchten Sie die Reise fortsetzen? Yes. Der Fötor. Der Fötor. Was auch immer der Fötor ist. Aber in Verderbnis. Der Fötor. Und der Fötor. Und der Fötor. Was ist das hier? Kammer des Akademikers. Destiny. Will not be denied. Gucken wir mal nach dem Wachtturm. Mal sehen, was hier für Gegner auf uns warten, Leute. Der Run läuft ja eigentlich ganz nett. Bis dato. Boah. Okay. Was kommt denn jetzt Schönes? Oh, hier ist der Hortor. Zum Hortor müssen wir auf jeden Fall. Zum Hortor müssen wir auf jeden Fall. Verlieg dich hin, mietig. So. Mal gucken, was der hat. Watch out nach dem Einsen. Nicht rüstig. Der Hortor. Eine gute Mischung aus beiden Sprungs. Alrighty, baby girl. Was hast du denn hier? Habräumerin. Zusatzaktion. Geringes Totem der Trägheit. 4 Speed. Max LP. Können wir bei dir jetzt Sachen verkaufen? Ist die Frage. Nö. 10% Damage. Geringes Totem der Trägheit. Max LP. Max LP wäre eigentlich ziemlich geil. Ne, ich kann hier nichts verkaufen, leider. Ich kann hier nur einkaufen. Ich kann hier nur einkaufen. Ja, gute Sachen hat er eigentlich gar nicht. Safe und Crit. Was hat denn Audrey gerade drinnen? Nur Resistenz. Dann kaufen wir das doch mal. Okay. Jetzt haben wir sehr viel Kohler ausgegeben. Kultist. Rewards. Power. Wealth. Reduces. Voting. Wollen wir mal den Kultist nehmen? Ne. Nope. I don't. Ich hab da noch ein bisschen Schiss vor. Ich hab da noch ein bisschen Schiss vor. Wollen wir mit jedem vor. Oh. Oh, jetzt könnten wir mit der Grabräuberin sehr viel Damage machen, wenn ich das richtig gesehen habe. Einfach mal 18 reingeknallt. Oh ja. Hä? Sollte sie jetzt nicht eigentlich was kriegen? Oder habe ich das Trinket falsch verstanden? Einfach mal 6 gibt. Okay, dad. Okay. Uh, 15 Max-Lp. 15%, tschüss. Wie viel hast du denn jetzt? 61 mittlerweile. Okay. Okay. Mal gucken, was gibt's denn? Hä? Habe ich jetzt gelieft? Nein. Okay.